Jo, ein herzliches Willkommen zur nächsten Folge Assassin's Creed Black Flag Und irgendwie ist es mir noch zu laut Okay So, dann Machen wir mal Randale oder Oh, was ist das? Oh 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 Okay, dann laufen wir mal ein bisschen zu dem Ion, our Ich glaube, ich habe das in den Kommentaren. Ich verstehe nicht, wieso kann ich keinen... ...Jetzt halt. Miezi. Ah, ist die putzig. So komisch, wie sie sich in den Namen von Friedrich. Schreie, was ich jetzt hier? Sehr gut, Herr. Ich habe meinen Namen. Sie sind in der Tatooine. Sie sind in der Tatooine. In der Tatooine sind hier, wenn Sie zu Hause kommen, was Sie begonnen, wenn Sie hier gekommen sind. Cool. Okay, dann laufen wir mal weiter. Ich halte mich gern auf den Dächern auf. Und killt gerne Leute auf anderen Dächern. Hey, para! Oh! 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 wie ein assassine achso stimmt wir sind ja ein assassiner sie die hinten So... Ah! 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 De momento haré como que no ha ocurrido. Has partido el seso, Barbie Lampiño? Dicen que Perón tiene alguna... Aus dem Weg! ¿Pero verlo? ¿Pero verlo? ¡Ah! ¿Pero verlo? ¿Pero verlo? La verdad, ¿verlo? En la cara. ¡Pero verlo! Ich will mich in deinem Blut, bevor ich Ketten trage. Danke. Kenway, richtig? Ich bin auf eurer Seite. Gebt's mir, Herr Ken. Ah, das ist schlecht. Uh, 10.000, was ist das? Schatten 2, Munition, neuer Gegenstand gekauft, Kunstgegenstände. Hey, wie viele Piraten sind da noch? Hey, saludo de mi parte a Zepridente. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah. Die Kurier fangen und blinden, nichts leichter als das. Das ist das gesetzlose Land, hierher. Ein Pesach! Dank um euer Leben! Nehmt mein Geld, wenn ihr müsst, aber tut mir nichts! Die Kurier fangen an. Ich habe mir Fünje in meinem Leben gegessen, aber da ist mein Friber da als Fisch. Zu mir. Stehen bleiben. Gehen wir los. Beschäftigt sie. Gehen wir los. 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 Gehen wir los gut. So. Dann laufen wir mal. ja ich habe jetzt mal vor gehabt das kann man echt gut sagen kann ich sagen dass ich vorhabe hexet aufzunehmen als matrix exit aus den einfachen grund um nicht nur das normale minecraft zu spielen ich denke mal wenn man nur das spielt ich weiß ja nicht wo dies ist man ich kann auch hier nirgendwo rein bis hier und starten alles klar ich glaube er erwartet mich es ist es el hombre el como lo llamabas asesino si duncan walpole debería haber llegado hace muchos días no me gusta que los extranjeros se paseen por nuestra ciudad no me fío de ellos cállate el gobernador tiene invitados todos die terrasse reichen haben wir geschafft guten morgen sir gehe ich recht in der annahme dass ihr duncan walpole seid der bin ich das dachte ich mir woods rogers eine ehre ebenso ich muss sagen meine frau ist keine gute beobachterin verzeihung mein weib ihr traf sie vor einigen jahren beim maskenball der percys ah nun sie nannte euch teuflisch gut aussehend offenbar eine lüge um mich eifersüchtig zu machen julian unser ehrengast ist eingetroffen mr duncan walpole ich hoffe euer übertritt in unseren orden ist aufrichtig ich schätze die assassinen nicht doch lügner noch viel weniger ich kam nicht her um zu enttäuschen wie wärs mit etwas sportdanken der alte mann ist noch nicht bereit für uns cool ihr habt meine besten zwei paare baugleicher pistolen duncan seid bitte vorsichtig damit hätte ich also oh 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 Untertitelung. BR 2018